Ja, einen schönen guten Abend an alle Zuschauer da draußen zu unserem heutigen zweiten Fraktions-Online-Live-Dialog. Liebe Bürger, wir haben uns auch in diesen schwierigen Zeiten gefragt, wie wir als Fraktion den Anspruch leben können, den wir ihnen damals bei der Wahl versprochen haben, nämlich die absolute Transparenz und die absolute Bürgernähe. Und genau das setzen wir heute zum zweiten Mal um. Das hat beim letzten Mal ganz gut geklappt, kam gut an und genau deswegen machen wir genau da weiter. Mein Name ist Ulrich Siegmund, ich bin der stellvertretende Fraktionsvorsitzende unserer Fraktion und heute mit dabei ist Tobias Rausch, der zweite stellvertretende Fraktionsvorsitzende und auch Sprecher für Bundesangelegenheiten und auch Medien. Und Dr. Hans-Thomas Tilschneider, unser Sprecher für Kultur und auch Bildung. Und genau in diesem Bereich, darum soll es auch heute gehen. Sie haben die Chance, Ihre Fragen hier live unten in die Kommentare zu schreiben. Wir stellen uns diesen Fragen, wir stellen uns auch der Kritik, wir stellen uns Ihren Ideen, Ihren Meinungen, Ihren Vorschlägen. Dafür machen wir das live, denn dazu wurden wir gewählt und dazu treten wir auch weiterhin transparent ein. Bevor es losgeht mit den Live-Fragen, weil da brauchen wir mal ein bisschen Vorlauf, Sie können ja gerne schon mal anfangen zu schreiben, haben wir natürlich wie immer vorher auch Fragen bekommen und die werden wir ja schon mal beginnen zu beantworten. Es war, und das wird auch beim nächsten Mal so sein, für Sie alle die Möglichkeit, die Fragen vorher einzureichen, sodass Sie auch sich Gedanken darüber machen können, was gibt es denn in dieser Zeit besonders, was Sie bewegt. Und da fangen wir mal an, natürlich ganz aktuell. Die Corona-Krise bleibt weiter das entscheidende Thema und da gab es von Thomas Vogt im Vorgang die Frage, wie bewerten Sie das Vorgehen der Regierung mit der Corona-Krise und vor allem deren Auswirkungen? Eine relativ allgemeine Frage, aber dazu werden wir natürlich Stellung nehmen. Tobias, fang du mal an. Jawohl, erstmal guten Abend und vielen Dank für die Frage. Ja, wie bewerten wir das Vorgehen der Regierung in der Corona-Krise und deren Auswirkungen? Erstmal muss man sagen, hat die Regierung verpasst, rechtzeitig Maßnahmen zu ergreifen, damit dieser Shutdown hätte verhindert werden können. Und da kann ich jetzt ganz banal was aus meinem Leben sagen. Wir waren in Vietnam gewesen, auch wo Corona gerade schon in Wuhan aktiv war in China. Da ist man rigoros kontrolliert worden, am Flughäfen, Temperaturen, Wärmebildkameras. Wo wir hier in Deutschland gelandet sind, waren keinerlei Kontrollen. Man war hier gar nicht vorbereitet. Und das ist jetzt ein Beispiel daher, dass man sagt, es gab ja schon seit 2012 oder 2013, war das bekannt im Bundestag, dass man sich darauf vorbereiten soll. Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, sich ordnungsgemäß darauf vorzubereiten. Und was hat man gemacht? Man hat einen Shutdown herbeigeführt und die Wirtschaft, sage ich mal, lahmgelegt, eine künstliche Wirtschaftskrise erzeugt. Was anderes ist es nicht, weil für manche Solo-Selbstständigen oder Unternehmen sind ja Existenzen bedroht. Da fallen mir aber nicht nur die Unternehmen ein, sondern auch die Arbeiter, die dort beschäftigt sind. Sei es in der Gastronomie, wenn jetzt da Kellner arbeiten, die bekommen jetzt Kurzarbeitergeld, haben sie kein Kind, sind 60 Prozent. Stellt man sich vor, dass sie jetzt eine Familie sind mit zwei Leuten, die in der Gastro arbeiten, beide bekommen Kurzarbeitergeld, sie haben aber ein Auto und ein Haus finanziert und haben sich eigentlich normales bürgerliches Leben aufgebaut. Schon haben sie natürlich Einnahmenbußen und können ihre Schuldenlast gar nicht mehr weggehen. Und da muss man sagen, dass diese Maßnahmen, die ergriffen worden sind, natürlich schlecht sind. Man hätte es machen können, wie in Schweden oder in Südkorea oder in Taiwan, dass man Risikogruppen schützt und dann natürlich einfach den normalen Alltag weiterlässt mit ein bisschen mehr Sorgfalt und Vorsicht und gegenseitiger Rücksichtnahme. Das heißt, man müsste eigentlich die Verantwortung zurück an die Bürger geben, in Eigenverantwortung und Risikogruppen schützen. Das wäre richtig, nicht alles zuzumachen. Das nächste Unding und Versagen der Regierung ist eigentlich, nachdem man einen Shutdown gemacht hat und zum Beispiel Autohändlern untersagt hat, mit Autos zu handeln, sind in rigoroser Weise Ordnungsämter ausgeschwört, will ich mal sagen, und haben ihre Mitarbeiter unter Fake-Kunden da antreten lassen. Und wenn sie Verstöße festgestellt haben, wurden Ordnungsgelder verhängt. Und da muss man sagen, das geht gar nicht in so einer Krise, die hier herbeigerufen worden ist. Und da würden wir sagen, das ist Fehlverhalten. Das nächste ist, diese Soforthilfe, die versprochen worden ist, die hilft auch diesen Solo-Selbstständigen nicht wirklich. Die können da maximal ein bisschen ihre Kosten decken, aber normalerweise hätte die Regierung auch laut Gesetz normalerweise ein Zwölften des letzten Jahres an Kosten, die aufgelaufen sind, erstatten müssen. Das hat sie bisher nicht getan. Ich kenne Beispiele, die mir selber schon gesagt haben, dass sie einen Antrag gestellt haben, dass das abgelehnt worden ist, weil sie angeblich keine Auflage gehabt hätten von einem Ordnungsamt oder der Gesundheitsbehörde, dass sie ja ihr Geschäft hätten zumachen können. Das heißt, da sind viele Fragen im Raum. Es sind tatsächlich wirklich viele Menschen bedroht davon. Und da muss man sagen, wie will man das eigentlich wieder herbekommen mit der Notlage? Denn guckt man sich hier um, sieht, was passiert. Wir haben jetzt Masken geliefert bekommen. Da sind unsere politischen Vertreter da ohne Masken. Alle sollen Masken tragen, sie selber tragen sie nicht. Und da muss man sagen, wie ist die Corona-Krise eigentlich zu bewerten? Meiner Meinung nach persönlich würde ich sagen, wir haben einen Shutdown hingelegt, das Land stillgelegt. Viele Existenzen stehen jetzt auf dem Spiel. Und es sind in Sachsen-Anhalt, ein Land mit 2,2 Millionen Einwohnern, 1500 infiziert. Ein Prozent aller Sachsen-Anhalter wären 22.000 Personen gewesen. Und von diesen 1500, die jetzt infiziert sind, sind schon wieder über 1000 genesen. Das heißt, für nicht mal 0,1 Prozent wird hier alles stillgelegt, kein Risikogruppenschutz gemacht. Und das ist eigentlich die Frage, die politische Frage, wer hat dafür gerade zu stehen und wie arbeiten wir das auf? Wir als AfD müssen das aufarbeiten, wir werden das auch aufarbeiten. Wir haben auch eine Kundgebung dazu morgen geplant, für die ich hier auch gleich werben möchte. Und da muss ich sagen, da werden wir natürlich an der Seite der Bürger stehen und sagen, wir wollen nicht unsere Freiheitsrechte aufgeben. Und hier, einer Corona-Diktatur will ich jetzt nicht sagen, aber uns Regularien unterwerfen. Wenn ich schon höre, es soll eine zweite Phase geben, kann eineinhalb Jahre dauern. Also da muss ich sagen, da hört der Spaß mal irgendwann auf. Und da werden wir entschieden entgegentreten. Ich weiß nicht, ob du noch ergänzen möchtest, Hans-Thomas? Ja, ich will noch kurz auch was zu dieser Frage sagen. Und zwar kann man doch zusammenfassen, dass die Regierung am Anfang unvorsichtig und fahrlässig reagiert hat und jetzt aber überreagiert. Während man am Anfang durchaus noch was hätte unternehmen können, ist es jetzt so, dass wir sehen, dass das Virus nicht so gefährlich ist, wie ursprünglich vermutet. Und die Regierung nutzt diesen Ausnahmezustand, der jetzt herbeigeführt wurde, um Dinge durchzusetzen, die sehr wenig mit dem Schutz der Bürger zu tun haben, aber sehr viel mit dem Machtbedürfnis von Regierung. Die digitale Überwachung soll ausgebaut werden. Denken Sie an das Tracking der Corona-App. Dann Bargeldverbot. Jetzt sieht man in Supermärkten die Aufforderung, zahlen Sie nur noch mit Karte. Wir wissen, dass in der Vergangenheit immer schon wieder Versuche unternommen wurden, Bargeld abzuschaffen. Die Reisefreiheit existiert de facto nicht mehr. Die Demonstrationsfreiheit ist massiv eingeschränkt. Ich will jetzt nicht von den Auflagen anfangen, unter denen unsere Demonstration morgen stattfinden muss. Also man sieht hier, es wird hier die Krise ausgenutzt und das finde ich schon schamlos, um Dinge durchzusetzen, die man vielleicht schon durchsetzen wollte, um die Macht der Regierung auszubauen, um den Durchgriff der Regierung auszubauen. Und da wird die AfD als Oppositionskraft sich immer dagegen wehren. Da haben wir ein Auge drauf und das ist unser Auftrag. Ja, es hat uns noch eine Frage erreicht. Ich zitiere mal, was soll der Quatsch, dass Kinder ab zwei Jahren eine Maske tragen müssen? Und auch live hat uns die Frage von Frau Münzer erreicht. Ich zitiere, selbst der Chef der Virologen hält nichts von der Maskenpflicht. Warum hält die Bundes, und das kann ich jetzt persönlich ergänzen, auch die Landesregierung danach daran fest? Das möchte ich mal gesammelt beantworten. Zunächst einmal zur Maskenpflicht für Säuglinge. Sachsen-Anhalt ist das einzige Bundesland in Deutschland, was diesen Weg geht, was offiziell für Kinder ab zwei Jahre eine Maskenpflicht eingeführt hat. Die meisten Bundesländer setzen auf eine Maskenpflicht ab sechs Jahre. Und hier geht in unseren Augen erstmal, oder andersrum möchte ich die Frage von Frau Münzer eigentlich mit beantworten. Warum machen die das trotzdem? Die Maskenpflicht in der Form, wie sie jetzt eingeführt wurde und auch das mit den zwei Jahren in Sachsen-Anhalt, ist doch ein exemplarisches Beispiel dafür, dass es sich um eine ausschließliche Planlosigkeit und vor allem um einen Aktionismus der Bundes- und der Landesregierung geht, weil sie einfach gar nicht mehr wissen, was sie jetzt weiter noch tun sollen oder wie sie weiter agieren sollen. Den Widerspruch sieht man eigentlich, wenn man sich die Infektionszahlen im Verlauf anguckt und die parallel stattfindenden Maßnahmen. Signifikant zurückgegangen sind sie im Zeitraum um den 16. März herum. Zurückgegangen, das muss man nochmal deutlich sagen. In diesem gleichen Zeitraum nicht die Zahlen, sondern die Ansteckungsquoten. In diesem gleichen Zeitraum ist aber der Shutdown passiert. Die Schulschließungen sind passiert. Und was ist passiert aus diesen Resultaten heraus? Die Ansteckungsquote hat sich nicht weiter verringert. Sie hat es vorher schon getan. Und das ist eigentlich der Widerspruch daran, der hier ganz besonders deutlich wird, wenn man sich die Kurven anschaut. Das gleiche gilt übrigens für die Maskenpflicht. Ich hätte jetzt in der Woche, wo die Maskenpflicht eingeführt wurde, die Ansteckungsquote zurückgehen müssen. Offiziell steigt sie jetzt plötzlich wieder. Diese Widersprüche sind eigentlich so offensichtlich und sollten jeden mal hinterfragen, was hier eigentlich los ist. Zum Thema Maskenpflicht ist noch zu sagen, wir als AfD-Fraktion sind der Meinung, wer eine Masken- oder eine Verschleierungs- oder eine Textilpflicht einführt, eine Pflicht einführt, der muss natürlich auch dafür Sorge tragen, dass jeder Bürger Zugang zu diesen textilen Produkten hat. Und wenn man sich mal die Preise anschaut, die Apotheken, Online-Händler etc. für Masken aufrufen, übrigens, das verübe ich denen nicht mehr unbedingt, sie müssen diese Preise hier aufrufen, weil allein die Einkaufspreise schon so extrem hoch liegen, dass diese Preise in der Regel nur weitergegeben werden, dann fragt man sich ganz klar, wer diese Situation jetzt hier ausbaden muss. Dass jetzt hier Oma Lieschen auf dem Dorf für 1,50 Euro, 2 Euro das Stück eine Einwegmaske erwerben muss, im täglichen Einkauf ist das natürlich ein signifikanter Kostenfaktor auch im Alltag. Und man muss auch nochmal dazu sagen, dass den meisten Menschen gar nicht bewusst ist, wie eine Maske eigentlich zu tragen ist. Das sieht man ja im Einkaufsverhalten, dass die Nase beispielsweise frei ist, dass die Masken über Tage und Wochen getragen werden und somit auch ein Nest für weitere Viren und Bakterien sind, teilweise, weil die sich gar keine neuen Masken leisten können, wo ich die Menschen völlig verstehe. Das heißt, die Maskenpflicht ist hier wieder ein überhitztes Mittel, um halt wieder populistisch Maßnahmen zu ergreifen, die aber überhaupt nicht durchdacht sind. Und die Konsequenzen sieht man jetzt, die Wirkung verblasst im Endeffekt und ist eigentlich weiter nur eine Gängelung der Bevölkerung, weil sie gar nicht ordnungsgemäß in der Einführung durchdacht wurde. Möchtet ihr das noch jemand ergänzen? Ja, ich würde gerne ergänzen. Und zwar, was du über den Einkaufspreis gesagt hast, also ich habe mir auch Einwegmasken gekauft aus der Apotheke. Da haben fünf Einwegmasken 17,50 Euro gekostet. Das muss man sich mal vorstellen. Und wenn man jetzt die tatsächlich so benutzen würde, wie viel Geld das im Monat ist, da hat man ja schon über 100 Euro für einen Monat ausgeben. Und da stelle ich mir schon die Frage, wie sollen sich das viele leisten, die eine kleine Rente kreieren, die am Existenzminimum Einkommen beziehen? Wie sollen die das leisten? Haben die noch Kinder? Wie soll das finanziert werden? Und da muss man sagen, wie du schon sagst, wer eine Pflicht einführt, muss dafür Sorge tragen, dass genug da ist. Ja, ich will nur noch kurz den Gedanken einwerfen in diese Diskussion. Und zwar, was mein Landtagskollege aus Brandenburg, Christoph Berndt, dazu gesagt hat, finde ich das Beste, was bisher zu diesem Thema gesagt wurde. Und zwar, wie ja Uli Sigmund schon ausgeführt hat, ist der medizinische Nutzen dieses Mundschutzes sehr zweifelhaft. Was der Mundschutz aber macht, ist, er suggeriert den Leuten, dass ein Ausnahmezustand herrscht. Und dieses Gefühl, im Ausnahmezustand zu leben, das macht sie gefügig und bringt sie dazu, Maßnahmen der Regierung zu akzeptieren, die sie sonst nicht akzeptieren würden. Das heißt, der Mundschutz schützt nicht den Bürger, er schützt die Regierung. Und wir von der AfD lassen uns aber keinen Maulkorb verpassen. Die nächste Live-Frage dreht sich trotzdem weiter um das Thema. Und zwar hat Frau Wülbelmann gefragt, was kosten die Masken und wer verdient daran besonders viel? Frau Wülbelmann, das ist differenziert zu betrachten, wenn Sie sich die einzelnen Maskentypen anschauen. Es gibt in Deutschland offiziell drei zugelassene Grundmasken. Das sind die sogenannten FFP-Klassifizierungen 1, 2 und 3. Die 1er-Klassifizierungen sind die ganz einfachen, die sogenannten OP-Masken. Diese schützen eigentlich nicht den Träger selbst, sondern nur sein Umfeld, in dem halt keine Tröpfcheninfektion ermöglicht wird, weil die Maske halt das abmildert. Aber auch nur, wenn sie richtig getragen wird und wenn sie regelmäßig gewechselt wird. Das sind die einfachen Masken. Kosteten normalerweise vor dieser ganzen Situation 50 Stück ungefähr 5 bis 6 Euro für den Endkunden. Jetzt kosten 50 Stück zwischen 20 und 30 Euro, wenn man Glück hat. Es gibt auch Preise deutlich darüber. Die FFP2-Masken sind die, die man auch schon sieht, die so ein bisschen eine runde, ovale Form haben, die den Mund komplett abschließen. Das sind die Masken, womit auch in der Regel die Polizeibeamten ausgestattet sind. Diese kosten mittlerweile richtig Geld. Die Einkaufspreise liegen hier für die Regierung zwischen 3 und 6 Euro pro Stück. Einwegmasken wohlgemerkt. Und da kann man sich natürlich auch mal die Kosten hochrechnen, die dadurch jetzt entstehen. Und dabei muss man wissen, dass die FFP2-Masken nicht mal einen vollständigen Schutz bieten, sondern nur 95 Prozent der Viren, Bakterien etc. werden durch diese Maske abgehalten. Die richtig guten Masken, die professionellen Masken, sind die FFP3-Masken. Das sind die, die auch getragen werden müssen im Hochansteckungsbereich. Die beide Beteiligten schützen, den Träger und auch die Umgebung. Und die sind natürlich noch teurer. Im Bereich zwischen 5 und 9 Euro liegen wir hier im Moment einkaufsseitig. Und das sind natürlich Preise. Gleiches Verfahren wie bei den 2er- und 1er-Masken. Wenn man das über die Masse hochrechnet, über die Menge, sprechen wir natürlich auch über gigantische Belastung hier für den Steuerzahler. Wer verdient daran, hatten Sie noch gefragt. Am Anfang waren es die, die noch welche auf dem Lager hatten. Natürlich. Jeder, der so eine Dinger zu liegen hatte und den Markt mit beobachtet hat, hat die natürlich entsprechend teuer veräußert. Angebot und Nachfrage. Im Moment, und das ist, denke ich mal, allen bekannt, sind es vor allem die produzierenden Länder, die es nicht mehr nötig haben, natürlich diese Masken jetzt irgendwo zu verscherbeln. Die ganze Welt möchte Masken kaufen, die Preise überbieten sich und natürlich schlagen jetzt die Produzenten entsprechend rauf und die kommen in der Regel aus China im Moment. Ja, das erstmal soweit dazu. Dann, vorher gab es noch eine Frage von Frau Heide an den Herrn Dr. Tilschneider. Und zwar geht es hier um sein Hauptthema, nämlich um den Bereich Bildung. Ich zitiere mal, wie möchte Sachsen-Anhalt den Schulbetrieb wieder hochfahren und was passiert mit den lernschwachen Kindern? Gebe ich mal weiter an den Herrn Dr. Tilschneider. Naja, ich würde mal so sagen, wir hätten den Schulbetrieb gar nicht so sehr runtergefangen. Denn wir setzen auf das Prinzip, dass die Gefährdeten besonders geschützt werden sollen und dazu gehören aber die Kinder nicht. Eigenverantwortung ist hier der zentrale Begriff und wir hätten, wie das Schweden getan hat oder wie das teilweise auch in Ungarn getan wurde, die Schulen offen gelassen. Gut, jetzt sind sie geschlossen worden, aber jetzt finden wir, dass die Schulen wieder öffnen und zum Normalbetrieb zurückkehren sollten. Auch als Zeichen der unbedingt notwendigen gesellschaftlichen Normalisierung, die wir jetzt benötigen. Also, und ich denke auch, Schulen können da eher noch Vorreiter sein als Altenheime oder Krankenhäuser. Also wir sagen, haben wir auch schon letzte Woche verkündet in einer Pressemitteilung, wir sagen, die Schulen aufmachen, sofort zum Normalbetrieb zurückkehren, weil der Rückstand jetzt schon enorm ist und gerade auch im Sinne der lernschwachen Schüler müssen wir das tun, weil die brauchen die Betreuung durch den Lehrer, bei denen funktioniert der Heimunterricht noch viel weniger als bei den anderen. So, dann gab es vorher noch eine Frage von Frau Kerstin Frost, ich zitiere mal, wann gibt es wieder Möglichkeiten für Markthändler und Schausteller ihre Tätigkeiten wieder auszuführen? Wie geht es da weiter? Die wurden bisher vergessen. Da möchte ich anfangen, Frau Frost, die könnt ihr gerne ergänzen. Sie haben 100% Recht, das sind Spatenbereiche, die in der Diskussion völlig vergessen wurden. Es gibt noch weitere Bereiche, die genauso betroffen sind, das sind auch Kontaktberufe, Tattoo-Studios, Masseure etc. Also viele, die halt wirklich auch am Menschen arbeiten, aber natürlich auch diese Bereiche. Es wurden viele Branchen vergessen in unseren Augen. Das ist auch die Hotellerie, das ist die Gastro-Szene, die ganzen Restaurants, die ganzen Imbiss, die ganzen Bistros, die nicht auch nur aus dem Haus verkaufen, die Konsum im Gebäude anbieten, die das auch vielleicht nicht umsetzen können. Die stehen natürlich im Moment ganz, ganz schlecht da. Denen ist jegliche Existenzgrundlage im Moment entzogen. Und hier stellen wir uns aber auch die Frage, was soll denn beispielsweise jetzt die Mehrwertsteuersenkung bringen, wenn man gar keine Einnahmen generieren kann? Grundsätzlich langfristig ist das natürlich ein Weg, um die wieder zu unterstützen. Aber im Moment ist doch erstmal das Wichtigste, dass es überhaupt wieder eine Grundlage und vor allem eine Perspektive gibt. Unsere Antwort ganz klar schließt sich natürlich in den Kreis an. Dieser Shutdown in der jetzigen Form muss umgehend beendet werden. Das wirtschaftliche Leben muss wieder in Schwung kommen. Risikobereiche müssen geschützt werden. Das ist ganz, ganz richtig und wichtig. Aber nichtsdestotrotz, es gibt so viele Branchen, die vergessen wurden, die jetzt gerade wirklich an der Existenz knabbern. Sie haben eine davon aufgezählt. Deswegen, das Leben muss weitergehen. Und dafür stehen wir als AfD-Fraktion auf jeden Fall ein. Möchte das noch jemand ergänzen? Gut. Es gibt noch weitere Fragen. Eine sozialpolitische, Evelyn Berger, hat gefragt, Kurzarbeitergeld soll laut Regierung 67 Prozent für die Eltern sein. Wieso bekomme ich nur 51 Prozent laut neuer Berechnungstabelle der Agentur für Arbeit? Wie wird das von da oben gerechtfertigt? Tobias? Also das ist ein sehr interessanter Fall. Weil in der Regel das Gesetz eigentlich sagt, dass Kurzarbeitergeld für eine Single-Person ohne Kind 60 Prozent beträgt und für Erwerbstätige mit Kind 67 Prozent. Nun müsste man den Fall genau wissen, um jetzt darauf reagieren zu können. Aber ich wollte nur, dass Sie gesagt haben, wie es eigentlich sein müsste. Ich würde der Frau empfehlen, sich an ihren direkten Abgeordneten im Wahlkreis zu wenden, dass der sich darum kümmern kann. und dann gegebenenfalls Gespräche aufnimmt, weil es ist ja in der Rede jetzt, dass das Kurzarbeitergeld auch angehoben werden soll, vom Bundseitiger her. Und daran erkennt man aber schon, dass der Bund eigentlich dieses Interesse verfolgt, diesen Shutdown noch länger durchzuziehen. Und sag mal, dem müssen wir entgegenstehen und eigentlich Maßnahmen ergreifen, dass wir es nicht machen. Parlamentarisch werden wir das tun. Im nächsten Plenum haben wir dazu Anträge eingebracht. Und für Ihren Fall jetzt natürlich, muss ich Ihnen sagen, würde ich Sie bitten, entweder wenden Sie sich direkt an unsere Fraktion, wir würden uns der Sache annehmen und uns darum kümmern, was da ist, oder wenden Sie an den direkten Abgeordneten und dann wird das geklärt werden. Vielleicht als allgemeine Ergänzung, Frau Berger, Herr Rausch hat es ganz richtig gesagt, wenden Sie sich an uns, wir helfen Ihnen ja gerne. Das gilt natürlich für alle, die jetzt zuschauen, wenn Sie solche Fälle feststellen in Ihrem Umfeld, wenn Sie merken, da gibt es eine wirklich signifikante Ungerechtigkeit, Sie haben da etwas mitbekommen, was so auf keinen Fall in Ordnung ist, was Sie wirklich verärgert, wo Sie sagen, das geht so nicht, informieren Sie uns darüber. Wir sind dafür da, wir sind auch Ihr Anwalt hier im Parlament, im Plenum. Wir kümmern uns darum, wir kümmern uns um die Anliegen, die sich viele nicht trauen, auszusprechen, die andere Fraktionen über Jahre und Jahrzehnte vergessen haben. Und wie gesagt, genau dafür sind wir da, informieren Sie uns darüber. Jetzt gibt es noch weitere Fragen. Herr Jonas Scheel hat gefragt, und zwar geht es hier um die Tests. Weiß man, wie viele getestet wurden? Und wenn ja, warum veröffentlicht man die Zahlen nicht? Absolut richtig, Herr Scheel, das Testverfahren ist auch für uns ein großes Fragezeichen und dem nehmen wir uns auch an. Nächste Woche ist ja hier Plenum im Landtag von Sachsen-Anhalt und da haben wir einen Antrag vorbereitet, der sich gesundheitspolitisch auch um andere Bereiche, aber auch um diesen Testbereich widmet. Wir sind der Meinung, dass man Risikobereiche strukturiert und genau durch Dach testen muss, um halt wirklich diese sogenannten Risikocluster herauszufinden und darauf einzugehen. Wir haben die Situation in Sachsen-Anhalt, dass in der Aufnahmestelle für Asylbewerber die Betroffene oder die Bewohner alle 48 Stunden getestet werden, aber medizinisches Personal, Krankenschwestern, Ärzte etc., die auch selbst einen Verdachtsfall haben, darum betteln müssen. Das geht in unseren Augen gar nicht. Wir müssen Risikobereiche besonders testen und wir wollen auch sogenannte Antikörpertests ermöglichen, um halt wirklich auch einen Erfolgsfaktor innerhalb der Bevölkerung feststellen zu können und auch messbar zu machen und daraus entsprechend Handlungsmaßnahmen abzuleiten und vielleicht den ein oder anderen unnötigen Akt hier in der Regierung zu unterbinden. So, habt ihr noch eine Ergänzung? Nein. Dann haben wir noch weitere Fragen. Und zwar hat Herr Gerke gefragt, komisch, dass die Rate der Neuinfizierten kurz vor dem 30.04. wieder angestiegen ist. Somit werden wohl keine Lockerungen in Aussicht sein, oder? Allgemein, Tobias? Ja, es ist ja nun so, dass nur die getestet werden, die ja tatsächlich Symptome aufweisen und dann ist es sogar so, also ich kann es jetzt aus Erfahrung sagen, weil ich selber schon getestet worden bin, weil wir wie gesagt, vorweg schon gesagt, in Vietnam waren und da gab es auch Fälle in dem Hotel, in dem wir waren. Wir wurden getestet, waren alle negativ und da muss man sagen, es gab zu dem Zeitpunkt auch zu wenige Tests. Das heißt, wir hatten die letzten Tests abgegriffen, wir waren da ja zu zweit unterwegs gewesen und ja, man muss eigentlich das so sich vorstellen, dass nur wirklich, wer Symptome hat und zum Arzt geht und der Arzt, der sich das angeguckt hat, der kriegt dann auch einen Test. Also ich kenne auch viele, die gesagt haben, sie wollten mal einen Test machen und wurde gesagt, sie können keinen Test machen, weil sie weisen keinerlei Symptome auf. So, das ist erstmal ein Punkt und dann kann dann die Regierung natürlich steuern, indem sie sagt, okay, hier ist jetzt ein, zwei Fälle aufgetreten und es gibt großen Widerstand. Wir machen jetzt einen Massentest. Wir testen jetzt einfach mal 50.000 Stück und dann wird man auch Leute feststellen, die Corona infiziert sind, wo es aber nicht ausgebrochen ist oder wo die schon wieder genesen sind oder auf dem Weg der Heilung, dass das Krankheitsbild nicht so schlimm war, weil man muss sich vor Augen führen, Corona ist ja nur gefährlich, wenn man Vorerkrankungen hat oder zur Risikogruppe gehört und da sage ich mal, das ist zu erklären, dass die Testerei, wenn sie eine Phase haben, wo viel getestet wird, gibt es auch mit Einschlag mehr Leute, die infiziert sind. So hängt das zusammen. Ja, aber daran sieht man doch, die Regierung macht das eben nicht, was Kollege Rausch gesagt hat, macht keine Tests, damit die Sterblichkeitsrate künstlich hoch erscheint. Das heißt, sie übertreibt, ja, bewusst. Und warum tut sie das? Und wir sollten uns fragen, was führt eine Regierung im Schilde, die so agiert? Ja, eine weitere Frage, eine Bildungspolitische von Frau Berger. Warum fallen die Prüfungen der 10. Klasse in Berlin aus und der Rest Deutschlands muss da durch? Hans-Homas, kannst du dazu was sagen? Also, weshalb die Prüfungen in Berlin ausfallen, weiß ich nicht. Wir sind hier in Sachsen-Anhalt. Wir sind jedenfalls dafür, die Prüfungen durchzuführen, alle Prüfungen durchzuführen, weil die Schüler haben jetzt Zeit zum Lernen. Es darf also keine, auch kein, kein Notabitur geben, wie das vorgeschlagen wurde, zum Beispiel von der GEW, dass man also um die Prüfung herumkommt und einfach irgendwelche Halbjahresnoten zusammenrechnet. Da wird man auch den Schülern keinen Gefallen tun, wenn man ihn nach Art des Kriegsabiturs, das im Ersten Weltkrieg gab, so ein Billigabitur verabreichen würde. Nein, wir sagen, nutzt die Zeit zum Lernen. Die meisten Schüler wollen auch die Prüfungen schreiben und wollen sie hinter sich bringen, damit das Leben weitergeht, damit sie sich um den nächsten Schritt kümmern können, um ihre Berufsausbildung und das muss auch unsere Botschaft sein. Das Leben muss weitergehen, das Lernen muss weitergehen. Gibt es noch eine passende Ergänzungsfrage von Nick Weber und zwar, wie sieht es aus, mein Sohn wurde die Klassenfahrt nach London abgesagt vom Land, wie bekomme ich das Geld zurück, an wen muss ich mich wenden, habt ihr das im Ausschuss schon gehabt, weißt du da schon irgendwas? Naja, das Geld muss natürlich erstattet werden, ist klar. Wenn wir dafür sorgen, dass die Kita-Gebühren getragen werden vom Land, dass also nach dem Prinzip keine Leistung, muss ja auch keine Gebühren zahlen, dann müssen wir auch hier dafür sorgen, dass wenn so eine Fahrt nicht stattfindet, natürlich die Eltern schadlos gehalten werden und zur Not, wenn es dafür noch keine Lösung geben sollte, naja, dann machen wir halt einen Antrag und vorne mal eine. Und für denjenigen, der die Frage gestellt hat, ist es so, sich zuerst mal an seine Schule zu wenden oder ans Landesschulamt und wenn es da keine Auskunft gibt oder darauf bestanden wird, dann ist es wie der Kollege der Tischnerin gesagt hat, dann muss man einen Berichterstattungsverlangen im Ausschuss machen oder durch Form einer parlamentarischen Initiative einen Antrag stellen, dass wir das verlangen. Gut, vielleicht noch ein Hinweis, Herr Weber, halten Sie uns dann mal auf dem Laufenden, also wenn Sie da wirklich feststellen, dass Sie da hängengelassen werden, dass Sie da drauf sitzen bleiben, dass Sie da einen schlechten Kommunikationsfluss feststellen. Wenn Sie sich bitte an uns, schicken Sie uns die Informationen zu, wenn das wirklich solche Ausnahme annimmt, helfen wir Ihnen da auch gerne. Dann hat Herr Ostsee gefragt, wann können wir wieder innerdeutsch Urlaub machen? Ich möchte zur Ostsee. Ja, wer nicht, ne? Also ich denke mal, das ist natürlich jetzt auch in den Sternen, das können wir hier als Fraktion leider nicht beantworten, wenn es nach uns ging, würde sehr bald, allein schon um auch die örtliche Touristik nicht aussterben zu lassen. Unzählige Arbeitsplätze hängen auch in Mecklenburg-Vorpommern da dran, aber natürlich auch in Sachsen-Anhalt. Ich denke hier ganz klar auch an den Harz, an die ländlichen Regionen, auch an die Städte. Städtetourismus ist natürlich ganz wichtig. Hier hängen so viele Existenzen dran, dass wir der Meinung sind, mit den aktuellen Umständen sollte das zeitnah umgesetzt werden. Dann haben wir noch von Herrn Polan eine Frage. Warum werden in Magdeburg in der Unterkunft im Herrenkrug Flüchtlinge untergebracht, die Corona haben? Was kostet uns die Unterbringung jeden Tag? Ist jetzt für mich leider nicht beantwortbar, weil ich nicht regional hier aus Magdeburg die Zahlen kenne. Die müssten wir weitergeben an unsere Magdeburger Kollegen. Es sei denn, einer von euch hat es im Kopf. Herr Polan, würden wir Ihnen nachreichen, können wir aber rausrecherchieren. Auch dafür sind wir da. Genau, vielleicht noch als kurzen Hinweis, liebe Zuschauer. Es gibt natürlich auch Fragen, die wir alle nicht aus dem Stehgreif beantworten können. Das kann passieren. Nichtsdestotrotz nehmen wir die gerne mit auf und es gibt ja für uns die Möglichkeit, parlamentarisch eine sogenannte kleine Anfrage zu machen. Das heißt auch unabhängig jetzt von diesem Live-Dialog, wenn Sie solche Zahlen, Daten, Fakten wissen möchten, wenn Sie sich an uns, wir können diese Anfragen stellen und nach ein, zwei, drei Wochen Vorlauf muss uns die Landesregierung dann auch die entsprechenden Zahlen liefern. So, hier hat Herr Dirk Heise etwas zu morgen gefragt. Wie sind denn die Auflagen für morgen? Worauf muss man sich einstellen? Herr Heise, ich glaube, Sie meinen unsere Kundgebung morgen hier auf dem Domplatz vor dem Magdeburger Landtag. Da kann ich Ihnen jetzt folgendes antworten. Die Auflagen sind sehr streng, leider. Sie sind sehr, sehr stringent, aber wir werden diese Auflagen natürlich umsetzen als Partei und als Fraktion des Rechtsstaats. Wir haben die Auflage, dass wir eine begrenzte Personenzahl auf den Domplatz nur lassen können beziehungsweise auf den abgesperrten Bereich. Da sind wir aber noch im Gespräch mit den Behörden. Wir fordern natürlich eine höhere Zahl. Das hoffe ich mal, dass wir bis morgen dann nochmal eine exaktere Information kriegen. Nichtsdestotrotz werden wir wie gesagt die ganzen Umstände einhalten. Es wird so laufen, dass wir einen abgesperrten Bereich auf dem Domplatz für unsere Kundgebung haben. Wir haben eine Bühne dort und werden das dann entsprechend alles umsetzen oder versuchen umzusetzen, was uns die Behörden natürlich auflegen. Im Moment haben wir aber eine ganz klare Genehmigung für morgen. Das heißt, die Veranstaltung findet statt und ich würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht sogar morgen sehen. Willst du noch etwas ergänzen? Ich würde ergänzen, wir hatten als Fraktion die Demo beantragt, ganz regulär, wie wir es auch schon öfters gemacht haben und in der ersten Instanz haben wir dann die Auflage bekommen, 50 Teilnehmer sollen nur zugelassen werden. Das haben wir natürlich nicht akzeptiert und haben einen Gegenvorschlag gemacht. Darauf warten wir jetzt auf die Antwort, aber das muss man sich mal überlegen. Es soll eine Demo eingeräumt werden, aber von nicht mehr als 50 Personen. Also was ist das für eine Demo? Das ist ein besserer Bürgerdialog, sage ich jetzt mal. Also das ist schon eine Frechheit, was hier gemacht wird mit den Freiheitsrechten und Versammlungsrechten. Das ist ein Ding, was hier ganz klar mal erwähnt werden muss. Dann haben wir die Auflage bekommen, dass wir Eingänge zur Verfügung stellen, wo sie die Leute eintragen sollen, wer anwesend war, wo die Daten zwar bei der AfD verwaltet werden und da frage ich mich schon, welchen Sinn und Zweck verbirgt sich dahinter? Warum sollen sich Leute in irgendwelche Listen eintragen? Was bringt einem das? Zumal, wenn ich die Berichterstattung verfolge bei MDR, wo denn rausgekommen ist, dass Infizierte beim Landeskriminalamt gelistet worden sind. Da frage ich mich, warum wird das gemacht? Erst wird die Sache von Seiten des Innenministeriums, nein, passiert nicht und dann kommt raus, wurde gemacht. Also wie vertrauenswürdig ist diese Regierung, die wir hier haben im Land? Und da muss man sagen, da sollte jeder wachsam sein und sich überlegen, warum passiert was und sollte mal anfangen, die Maßnahmen zu hinterfragen, die hier stattfinden, weil das ist alles nicht verhältnismäßig, total überdimensioniert und meiner Meinung nach geben die Leute einfach viel zu schnell ihre freiheitlichen Rechte und Grundrechte auf und denken, wenn sie Mundschutz tragen, das ist die Rettung. Also das ist, was du schon gesagt hast. Man muss eigentlich die Leute sensibilisieren und ein Instinkt wecken, dass die Leute sagen, halt stopp, hier geht was nicht mit rechten Dingen zu. Wir müssen hier gegen vorgehen und das beste Beispiel ist Beispiel Bargeld, was du gesagt hattest. Wir sollen jetzt beim Einkaufen mit EC-Karte bezahlen, weil angeblich bei Bargeld würde man sich anstecken. Wie ist es denn aber, wenn ich einkaufen gehe? Das habe ich selber beobachten können, eigene Erfahrung, Sie kennen es vielleicht auch. Sie sind einkaufen, halten zwei Meter Abstand, gehen an das Band, legen Ihre Ware drauf, gehen rum, laden ein und bezahlen mit Karte. Aber dieses Gerät, wo Sie Ihre PIN-Nummer eintippen, wenn Sie über 30 Euro Kontakt losmachen können und ab 30 Euro müssen Sie eingeben. Das Gerät wird ja nicht desinfiziert, das heißt, hunderte Kunden vor Ihnen haben da ja auch schon ihre Abdrücke hinterlassen. Da ist auf einmal kein Kontakt für Viren da und beim Bargeld-Schein, wo ich aber den Schein aus dem Automat bekomme, eine Ecke anfassen und rübergebe, was viel besser wäre, das soll unterbunden werden. Und da muss man sich die Frage stellen, warum ist das so und warum glauben so viele Leute, dass die Maßnahmen, die Macht wir haben, tatsächlich die Richtlinien sind. Dafür würde ich vielleicht nur sensibilisieren wollen. Ja, und noch kurz ein Gedanke zu den Demonstrationsauflagen. Das trifft natürlich vor allem uns, die AfD, denn zwischen den Wahlkämpfen sieht man die anderen nicht auf der Straße. Man sieht sie eigentlich nicht, zu demonstrieren und sie machen keine Bürgerdialoge oder nicht in dem Ausmaß wie wir. Also es trifft vor allem die einzige und echte Oppositionspartei in diesem Land diese rigorosen Auflagen, die überschränkten Auflagen ein Schellenwert Böses dabei denkt. Noch eine kurze Ergänzung, weil es gibt noch eine weitere Frage, die sich darauf bezieht und zwar, ich zitiere mal, weshalb veranstaltet ihr eine Kundgebung, wenn doch derzeit Kontaktbeschränkungen oder Kontakteinschränkungen herrschen? Und da muss man ganz klar sagen, aus dem Grund, den Dr. Tilschneider schon gesagt hat, wir wollen uns das halt alles nicht gefallen lassen. Sie haben das Vertrauen in uns gesetzt, weil sie eine Opposition wollten, sie waren mit den Zuständen nicht einverstanden, die in diesem Land passiert sind, seit mehreren Jahren übrigens. Wir auch nicht, denn wir sind alles eigentlich Bürger, genau wie Sie und ich, die genug hatten, die mit anpacken wollten und genau diesen Anspruch wollen wir aber niemals vergessen. Wir wollen nämlich weiterhin für sie eintreten, wir wollen das aussprechen, was sich viele nicht trauen zu sagen und wo auch viele Angst vorhaben, es zu sagen. Dafür sind wir da, dafür treten wir ein und das machen wir auch in diesen Zeiten. Und meine Kollegen haben es ja gerade gesagt, die Einschränkung, die sind ja immer weiter spürbar, Tag für Tag, stringenter, intensiver und jetzt kommen sie wirklich überall und das lassen wir uns nicht gefallen. Wir, wie gesagt, als Partei oder als Fraktion des Rechtsstaates folgen wir natürlich den Auflagen, aber nichtsdestotrotz nutzen wir das Recht, was wir haben, auch zu demonstrieren, weil wir sind natürlich die Kraft ja im Parlament, aber die AfD ist auch die Partei auf der Straße, um auch dort ihre Stimme zu sein und auch da zu vertreten. So, jetzt haben wir noch ein paar weitere Fragen bekommen. Hier ist eine etwas längere von Dieter Mahnke. Ich zitiere mal, wieso konnte es im Gesundheitswesen passieren, dass nicht genug Material vorgehalten wurde? Privat muss im Pkw der Sannikasten alle zwei Jahre erneuert werden, sonst müssen wir zahlen, da läuft wohl viel schief, falsche Sparsamkeit. Herr Mahnke, Sie haben absolut recht, genau das ist ein tolles Beispiel, eine tolle Metapher, wie Sie es auf den Punkt gebracht haben. Wie im Kleinen ist es auch im Großen. Deutschland hat einen Pandemieplan, 2012 ist er erstellt worden, ist als Bundesdrucksache für jeden einsehbar und laut diesem Pandemieplan hätten wir entsprechende Vorhaltungen haben müssen, hatten wir nicht. Es wurde alles knapp, nicht nur Masken, es wurde die persönliche Schutzausrüstung knapp, Desinfektionsmittel, Brillen, Kittel, Abstrichmaterial, alles das, was man in einer Pandemie braucht, war nicht ausreichend vorhanden und musste jetzt zu überzogenen Preisen aus Asien importiert werden. Und dazu kommt noch die Tatsache, dass wir bis vor wenigen Wochen das, was wir hatten, auch noch in die ganze Welt verschenkt haben, auch wieder zurück nach Asien exportiert haben oder verschenkt haben. Und da fragt man sich doch ganz klar, wo hier überhaupt noch das Verantwortungsbewusstsein der Landes- und Bundesregierung ist. Also das kann ich nur unterstreichen, was Sie gesagt haben. Will das noch jemand ergänzen? Ja, also passend zu der Frage, was ich nicht verstehe und was man sich wirklich fragen muss, ist, weshalb hat man nicht einen Bruchteil des Schadens, den man jetzt verursacht, indem man ganzes Land runterfährt, diesen hunderte Milliarden umfassenden Schaden. Weshalb hat man sich einen Bruchteil davon genommen, um die Kapazitäten zu schaffen, die man für die Intensivpatienten bräuchte, die bei einer etwas schnelleren Verbreitung anfallen würden. Darüber kann man mal nachdenken. Das will ich noch mal kurz ergänzen. Unser Gesundheitssystem, was zumindest Sachsen-Anhalt angeht, wurde seit 2006 komplett kaputt gespart. Und zwar ist das mit dem Jahr passiert, wo die SPD in die Landesregierung eingetreten ist. Nur, dass wir es auch mal gehört haben, unabhängig von der Corona-Situation, bis 2005 haben die Krankenhäuser in Sachsen-Anhalt 180 Millionen Euro jährliche Investitionszuschüsse bekommen. Das heißt, Gelder, die sie gebraucht haben, um sich in der Ausstattung zu optimieren, zu verbessern, um der Bevölkerung eine gute medizinische Qualität zu bieten. Seit diesem Jahr des Eintritts der SPD in die Landesregierung wurden diese Mittel sukzessive zurückgefahren. Die SPD hatte die Verantwortung über beide zuständige Ministerien, Finanzen und Gesundheit, schräger Soziales. Und da wurde halt richtig gespart. Bis zum Tiefpunkt 2015, da wurden aus 180 Millionen Euro im Jahr nur noch 38 Millionen Euro. Das hat dazu geführt, dass wir einen gigantischen Investitionsstau hier in Sachsen-Anhalt haben. ungefähr 1,5 Milliarden für die Krankenhäuser, zusätzlich nochmal 1,5 Milliarden für die Uniklinikers. Das heißt, wir müssten allein in Sachsen-Anhalt 3 Milliarden Euro in der Hand nehmen, nur um die Krankenhäuser und nur in den Krankenhäusern wieder den Investitionsstau aufzulösen. Das sind Summen, die sind in meinen Augen unbegreiflich hoch und das ist jetzt das Erbe, was wir natürlich hier ausbaden müssen. Jetzt gibt es noch weitere Fragen und zwar zur Kita hatte Frau Mandy Briefer gefragt, wann werden Kitas wieder geöffnet? Es fehlen den Kindern soziale Kontakte. Willst du anfangen? Ja, ich würde dazu anfangen. Ja, das ist eine gute Frage, weil jeder weiß, dass zurzeit nur die Notbetreuung gilt. Das heißt, für systemrelevante Berufe kann man einen Antrag mitnehmen, muss der Arbeitgeber ausfüllen und dann kann das Kind in die Notbetreuung kommen. Für alle anderen besteht die Möglichkeit bisher nicht. Und da muss man sagen, wir fordern ja schon, dass die Kita wieder aufgemacht werden soll und vorzugsweise, weil natürlich durch die Corona-Pandemie auch Erzieherinnen, die jetzt in gewissem Alter schon sind, Risikogruppen sind und dann sich selber freinehmen oder sich krankschreiben lassen oder wie auch immer, da muss man sagen, vorzugsweise sollte die Kita jetzt geöffnet werden für Leute, die einer erwerbstätigen Arbeit nachgehen, damit die erstmal wieder arbeiten gehen können, damit die Firmen wieder in Schwung kommen, damit die Kinder unter Betreuung sind und dann, wenn die Kapazitäten an jeder Kita, dann muss man jetzt einzeln auf die Kitas gucken, das heißt, da sind die Städte und Kommunen gefragt, aber auch die freien Träger, wie viel Betreuungsleistung können diese Kitas dann noch zusätzlich erbringen, dann muss es einen Verschlüssel geben, dass eine teilweise Betreuung Schritt für Schritt auch für die anderen wieder eingeführt wird, wo jetzt die Eltern nicht in der Erwerbstätigarbeit nachgehen und das wäre jetzt unser Weg, den wir gehen würden. Wann das die Landesregierung natürlich macht, wissen wir nicht, weil wir ja nicht in der Landesregierung sind, aber wir können sie nur im Plenum vor uns hertreiben und immer wieder unsere Forderungen aufstellen und sie können im Prinzip dem nur eine Stimme verleihen, wenn sie ihren Protest in ihrem Bekannten- und Verwandtenkreis vorbringen, die Leute sagen, so kann es nicht weitergehen und ihren Unmut in Form von Leserbriefen bei Zeitungen oder an dem Ministerium weiterleiten und auf uns vertrauen. Ein wichtiger Fakt ist noch wegen Kita und zwar ist es ja bekannt, dass wenn man die Kita-Betreuung nicht hat, bekommt man das Geld für April zurück, aber was war im März gewesen? Die Frage ist nicht geklärt. Was ist im Mai? Die Frage ist auch nicht geklärt. Dadurch, dass natürlich viele Firmen sich runterfahren mussten, haben nun viele Kommunen in der Zwickmühle, die müssen jetzt eine Haushaltssperre verhängen, weil die Haushalte neu verhandelt werden müssen, weil ja Gewerbesteuereinnahmen wegbrechen und da ist jetzt die Frage oder das kann man nur hoffen, dass es nicht so kommt, nicht, dass jetzt im Zuge dieser ganzen Systemswechsel und diesen Entzug des Gelds aus dem System, dass das dazu führt, dass die Kommunen in Eigenverantwortung, weil sie Geld wieder in die Kassen füllen müssen, die Kita-Gebühren dann erheben noch, wenn die Kinder wieder betreut werden, wenn wieder Normalitätszustand hergestellt wird, weil das kann eine Folge sein, auf die noch zukommt, aber von der noch keiner spricht. Ja und das sollte man auf dem Schirm haben und da muss man halt jetzt alle notwendigen Mittel ergreifen, dass es nicht so kommt. Wir werden dazu im Landtag einen Antrag einbringen, dass wir da ein Deckel drauf machen und das ist unser Ziel, dass es nicht so kommt, aber es gibt Kommunen, zum Beispiel in der Börde, habe ich schon gelesen, gibt es eine Kommune, die ihre Kita-Beiträge schon erhöht hat. In dem Zusammenhang muss natürlich erwähnt werden, dass wir als AfD-Fraktion von Anfang an dafür eintreten, die Kita-Beiträge komplett abzuschaffen. Wir sind der Meinung, das ist normalerweise Aufgabe des Staates, für die Kinderbetreuung finanziell aufzukommen. Und zwar ist es so, wer bezahlt die Kita-Betreuung? Die Kita-Betreuung bezahlen Erwerbstätige. Hartz-IV-Empfänger, Asylsuchende, Geflüchtete oder wie man es auch nennen mag, bekommen das schon gestellt, weil sie einen Rechtsanspruch drauf haben. Aber die, die arbeiten gehen, müssen einen Ganztagsplatz und mehr bezahlen. Bis zu 300 Euro kann das im Monat für eine Familie kosten im Haushalt. Jetzt hat man gesagt, okay, das Geschwisterkind wurde abgeschafft. Das war eine Forderung, die haben wir 2016 schon im Landtag aufgemacht. Die wurde jetzt erst übernommen, seit diesem Jahr. Und das heißt, immer die Träger der Gesellschaft, die hier das ganze System eh schon am Lauf haben, müssen dann immer weiter zur Kassi beten. Und deswegen sage ich immer, wir brauchen den Aufstand der Anständigen. Die, die hier ihren Beitrag leisten und das Land voranbringen, die müssen entlastet werden. Ob das jetzt mit Steuerlast ist oder mit Kita, ist ja nur ein Beispiel. Oder für Ernährung in Schule, Geld wäre genug da. Wir haben es in unserem alternativen Haushalt gezeigt. Das Geld wäre da. Es wird halt durch SPD und CDU leider nur an der falschen Stelle eingesetzt. Dann gab es noch zwei Kommentare, gleich nochmal zu dem, was wir vorhin gesagt haben, zu den Auflagen für morgen. Frau Savilla hat geschrieben, 50 Personen, die spinnen ja wohl. Die Frage ist, mit wie viel Polizei wird die Demo überwacht? Und Mila Vanilla hat geschrieben, wofür diese Auflagen? Seltsamerweise gab es diese doch auch nicht in Leipzig bei der Lieferung der Schutzmasken. Da kann man ganz klar zu sagen, Sie haben absolut recht. Die politischen Vorbilder sind überschaubar. Wenn ich mir auch Herrn Spahn angucke im Aufzug, das in Leipzig bei der Pressekonferenz und noch viele andere Beispiele, auch im Bundestag, muss ich aber ein bisschen jetzt auch sagen, das ist natürlich menschliches Verhalten. Das sind auch im Prinzip Menschen. Und wenn man natürlich Informationen austauscht, ist es einfach nicht möglich, sich 24 Stunden daran zu erinnern, dass ich jetzt hier überall drei, vier Meter von den Menschen wegstehe. Das sind natürlich auch irgendwo künstliche Zustände, die auch für Situationen sorgen, die irgendwo nicht mehr verhältnismäßig sind. Heute haben wir auf einer Bank kurz draußen gesessen, über einen Meter 50 von jemandem weg. Das hat ihm anscheinend nicht gereicht. Er hat uns lautstark aufgefordert, sich hier wegzusetzen. Das geht ja alles gar nicht. Das waren mindestens zwei Meter und das sind natürlich Zustände, die irgendwo einfach nicht mehr erklärbar sind und die in uns Menschen halt nicht unbedingt das Beste hervorbringen. Und das finden wir sehr schade und das kritisieren wir ja damit. Einen Gedankengang noch, dann gebe ich gleich weiter. 1. Mai steht vor der Tür. Wir sind auch gespannt, ob die Auflagen auch für unsere Freunde aus Berlin gelten werden. Die ganzen Demos, die ganzen linken Krawalldemos, die stattfinden werden, wir werden das ganz genau beobachten und werden mal gucken, ob da mit zweierlei Maß gemessen wird, wie beispielsweise in Berlin, bei den Clanbeerdigungen, wo das toleriert wird, wenn da hunderte Personen dicht gedrängt den Sarg tragen oder auch bei den Muezzin rufen, bei den ganzen Freitagsgebeten, wo auch hunderte Muslime dicht gedrängt unter Tolerierung der Polizei zusammenstehen. Man sieht hier wieder ganz klar mit zweierlei und maßgemessen. Also bitte bringen Sie diese Botschaft raus. Da sollten viel mehr Leute erfahren, wie hier das unterschiedlich bewertet wird. Also ich würde jetzt noch mal darauf kommen, warum die Politiker, wie Herr Spahn oder Kram Kachenbacher oder wir bleiben hier im Land stehen, wenn Sitzung ist, soll man sich eineinhalb Sitze auseinandersetzen, alle tragen Masken, wir sollen Handschuhe anziehen, wird alles vorbereitet, ist die Sitzung vorbei, stehen Sie beim Rauchen, ob das die CDU ist oder SPD oder sonst wer, alle dicht gedrängelt und wenn man den ein oder anderen Kollegen der anderen Parteien sagt, auf der Treppe uns sieht so und sagt, Mensch, 1,50 Meter Abstand, fangen die an zu lachen und finden das lustig. Die nehmen diese Corona-Krise doch selber nicht ernst. Das sieht man an diesen Reaktionen, weil sie nämlich genau wissen, dass es gar nicht so gefährlich ist, wie sie es nämlich erzählen. Und man muss sich doch überlegen, was ist denn hier passiert? Kein Parlament hat irgendwelche Verordnungen beschlossen, sondern die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten haben das festgelegt. Das muss man sich mal vorstellen. Hier in Sachsen-Anhalt wurde über keine Verordnung oder sonst was parlamentarisch diskutiert. Das heißt, die Opposition ist völlig außen vor gelassen, die Regierung im weitesten Sinne auch, sondern es wurde von der Kanzlerin und der Ministerpräsidenten in der Runde festgelegt und dann hat man hier solche Maßnahmen gemacht. Und da muss ich sagen, wenn man sich das Schauspiel hier anguckt, wie das auch stattfindet und zelebriert wird von den ein oder anderen Kollegen, Abgeordneten anderer Parteien, im Plenum macht man Medienwirksam, eine Maske, Handschuhe und was weiß ich was an, lässt sich da ablichten und auf der anderen Seite tuschelt man sich und da muss ich sagen, man sieht an diesen Reaktionen, dass von dieser Corona-Krise meiner Meinung nach gar nicht so viel Gefahr ausgeht und dass das einfach ein großer Vorwand ist, um hier Maßnahmen zu ergreifen, wie es hier schon angedeutet worden ist, um Freiheitsrechte und andere Sachen durchzusetzen, ob es jetzt diese Tracking-App ist oder sonst was, wo man erst auf freiwillige Basis setzt und da muss man sagen, wäre denn Anfängen. Ja, also die Regierung ist natürlich auch schon auf Gesetzesgrundlage ermächtigt, Verordnungen zu erlassen und regiert mit Verordnungen durch und das hatten wir schon mal in der deutschen Geschichte und deshalb muss ich sagen, müssen wir da ganz, ganz vorsichtig sein. Dieses Regieren am Parlament vorbei, das Vermeiden der Debatte und das Durchregieren mit Verordnungen muss ein Ende nehmen. Wir brauchen genau das, was Merkel uns verbieten wollte und zwar kann, ich will jetzt nicht den Begriff Orgien verwenden, den will ich nicht verwenden, aber wir brauchen ausgiebige, öffentliche Diskussionen im Parlament und auch sonst wo über den Sinn und Unsinn dieser Maßnahmen. In dem Zusammenhang möchte ich doch kurz die Chance nutzen, um eine E-Mail vorzulesen, die uns vorher erreicht hat, auch mit einer Frage vom Herrn Frohberg. Herr Frohberg, vielleicht hören Sie ja zu, Sie hatten geschrieben, sehr geehrte Abgeordnete, unter dem großen Deckmantel Corona-Krise werden brandaktuelle Themen klammheimlich aus der Schusslinie genommen. Genau das, was Tobias gerade sagte. Wann zieht Sachsen-Anhalt nach und schafft endlich die Straßenausbaubeiträge ab? Wir Bürger sind steuerlich schon genug gebeutelt. Wenn ich demnächst als Rentner wieder meine jährliche Steuererklärung abgeben muss, schwellen mir noch heute die Halsschlagadern. Herr Frohberg, da sprechen Sie uns absolut aus der Seele, überhaupt, dass sie als Rentner eine Steuererklärung in der Form, so wie sie es abgeben muss, ist eine Frechheit. Genauso ist es, das kann man nur unterstreichen. Ich möchte Ihre E-Mail mit ein, zwei kurzen Sätzen beantworten, dass wir ein ganz genaues Auge darauf haben werden, dass diese wichtigen, elementaren Themen, da gibt es ja noch viele, viele andere, da gibt es die Asylsituation, da gibt es diese Zwangsabgabe der GEZ, ehemalig, der Rundfunkbeiträge, da geht es natürlich auch um die Straßenausbaubeiträge, da geht es um den Investitionsstau in den Gesundheitswesen, da geht es um das Thema Innere Sicherheit, etc., dass wir das natürlich nicht vergessen werden und hier weiter oppositionell ein ganz scharfes Auge darauf haben werden und dafür sorgen wir natürlich, dass diese Straßenausbaubeiträge unter anderem so schnell wie möglich abgeschafft werden. Wenn Sie sich informieren, werden Sie feststellen, dass wir das hier im Plenum schon dreimal beantragt haben, konkret beantragt haben und alle Fraktionen, die Ihnen ganz toll in der Zeitung dann erzählen, wir sind dafür, dass wir das abschaffen, es allesamt immer wieder abgelehnt haben. Soviel zur Doppelmorale. Wenn Sie das noch ergänzen? Dazu eine kurze Ergänzung, und zwar hat mich gerade jetzt in diesen Tagen der Brief erreicht der Bürgermeisterin von Leuna und die hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass die Regierung zwar die Absicht hat, die Straßenausbaubeiträge abzuschaffen, dass aber dafür im Haushalt nur 10 Millionen eingestellt sind. Wenn man die Gebühren aber tatsächlich abschaffen will, dann haben die Gemeinden Ausfälle von 40 Millionen im Jahr in etwa und das muss man einstellen und dafür werden wir uns natürlich auch einsetzen. Ja, Corona darf davon nicht ablenken, das ist schon richtig. Ja, im Prinzip macht die Regierung einen alten Trick. Sie sagen, wir machen jetzt was, stellen ein Budget bereit in dem Wissen, dass die Kommunen auf das Budget denn so gut wie nie zugreifen können, weil sie ja selber nicht genug Eigenmittel bringen können und es auf die Bürger dann nicht mehr umlegen sollen oder dürfen und dann werden einfach weniger Straßensaniert. Das ist das Ergebnis, was davon passiert. Das ist aber ein Ergebnis verfehlter Politik und ich kann es nur wieder sagen, in unserem alternativen Haushalt haben wir das alle schon mal reingenommen und nicht durch Neuverschuldung geregelt, sondern durch Umschichtung. Sparen bei Gender, bei Asyl, bei, ich sag mal, Vereinen und Verbänden, wo natürlich viele Linke und SPD und Grüne untergebracht sind, wo Posten gescharrt werden. Wir würden die Landesnetzagentur trocken lehren, will ich jetzt mal sagen und da Millionen einsparen und die können wir natürlich dann für solche Sachen einwenden, wo es beim Bürger direkt ankommt. Ja, wir haben noch eine ganze Reihe weitere Fragen. Kurzes Kommentar von Jonas Scheel. Ich will wieder mit schönen Mädchen im Club tanzen. Herr Scheel, das können wir, denke ich mal, alle verstehen, aber nichtsdestotrotz greife ich das kurz aus, auch wenn es humorvoll ist, aber die Eventbranche haben wir auch vorhin gar nicht mit erwähnt. Auch ein riesen Wirtschaftszweig, viele, viele Arbeitsplätze, Sie haben es eigentlich indirekt natürlich selbst damit gemerkt und das ist wirklich ein Problem, was die Kollegen, die Betroffenen da wirklich vor existenzielle Probleme stellt. Dann haben wir noch einen wichtigen, oder einen, nicht wichtig, wichtig sind eigentlich alle Kommentare, aber einen interessanten Kommentar von Roswitha Sachse bekommen. Sie, ich zitiere mal, fragte, brauchen wir wirklich ein Gesetz für Homeoffice? Ich meine, das soll man den Firmen und Arbeitgebern selbst überlassen. Die sind Profis und nicht Theoretikern in der Politik. Ich glaube, Frau Sachse, Sie meinen da den Vorstoß von unserem Gesundheitsminister, Herrn Spahn. Von Herrn Hai ist der Vorschlag? Okay. Kann ich aber trotzdem, kannst du gleich ergänzen, aber wir als AfD sind natürlich der Meinung, das ist ein freiheitlicher Eingriff, dem kann man kein Unternehmen zumuten. Das müssen Unternehmer selbst wissen, wie Sie es ganz richtig gesagt haben. Das geht überhaupt gar nicht und da werden wir uns natürlich ganz klar dagegen stellen. Ja, und zwar ist das die Vision von einem Papier von Hubertus Hai, den Arbeitsminister, was er jetzt vorgestellt hat, dass er quasi die Regelung schaffen will, dass man einen prinzipiellen Anspruch auf Homeoffice hat und da muss man sagen, nicht jeder und jede Branche kann auch tatsächlich Homeoffice machen. Es gibt viele Sachen, wo man Akten und Dokumente im Büro hat, wo man auch mal sich mit den Kollegen abstimmen muss, wo man auch mal schnell zusammenfinden muss. Das geht alles nicht. Unsere Infrastruktur ist auch nicht so ausgebaut, dass man sagt, man hat hier auch flächendeckend gutes Internet und kann dann Videokonferenzen machen, dass die Module auch noch nicht so ausgereift, weil sie hackbar sind und, und, und. Und da muss man sagen, das ist nicht für jede Branche gut, aber das ist typisch Sozi, ist bequem wie möglich und den Unternehmer so viel aufzwingen, wie auch möglich ist. Und es ist nun mal so, wenn ich Unternehmer bin, habe ich unternehmerische Freiheit. Ich muss für mich meine Angestellten und mein Unternehmen natürlich die bestmöglichen Entscheidungen treffen und das geht manchmal halt auch nur auf dem kurzen Dienstweg oder in persönlichen Gesprächen und deswegen ist Homeoffice eine kurze Überbrückungslösung, aber keine Dauerlösung. Das gleiche gilt auch für die Schulen. Das gleiche gilt auch für die Schulen. So, jetzt eine interessante Frage. Sven Ebersbach hat gefragt, wie will man die Millionen Einnahmenverluste für das Land wegen der Corona-Krise wieder ausgleichen? Herr Ebersbach erzählt natürlich zeitgleich auch die Frage, wie will man die Milliardenkredite natürlich tilgen? Das ist die nächste Frage. Und wie will man generell die Schieflage, die jetzt in den Haushalten entstehen wird, abmildern? Willst du anfangen? Ja, Sie haben das sicherlich, also vielen Dank für die Frage, Sie haben das bestimmt verfolgt und haben auch festgestellt, dass es ja sogar so ist, dass man weiß, dass es in Milliardenhöhe Einbußen gibt, aber der Bund ja eigentlich über die letzten Jahre, viele fette Jahre hat, um es mal so zu sagen, und Milliardenüberschüsse anhäufen konnte, diese aber halt falsch ausgegeben hat. Und jetzt stellt sich ja die Kanzlerin hin und sagt, im Rahmen der europäischen Solidarität sollen wir noch mehr Geld nach Brüssel überweisen und jetzt wird von Euro-Bonds gesprochen, was nichts anderes heißt, dass wir für andere mithaften sollen. Das heißt, unsere Regierung denkt gar nicht darüber nach, wie sie das Problem in Deutschland lösen kann, sondern sie denkt nur darüber nach, wie sie Geld von Deutschland ins europäische Ausland oder ins Rest der Welt verschicken kann. Und da muss man sagen, es gibt ja auch eine Drucksache zum Lastenausgleichgesetz, was im Bundestag vorliegt. Und das ist im Prinzip nichts anderes als eine Einführung einer Zwangshypothek auf Immobilien. Und da muss man sagen, man kann nur hoffen, dass das nicht kommt und dass, falls das es kommt, dass jeder, der betroffen ist, anständig wählen geht, damit das sofort und unverzüglich rückabgewickelt werden kann. Jetzt hat uns eine sehr allgemeine Frage erreicht, wo wir aber den perfekten Experten mit am Tisch haben. Tinto Nobel fragt, ich zitiere, wann und was wollt ihr gegen die Islamisierung unternehmen? Und da haben wir natürlich einen guten Fachmann mit am Tisch, nämlich der Dr. Tilschneider ist Islamwissenschaftler. Kannst du ja auf Arabisch antworten. Naja, also die Frage, was wollen wir gegen die Islamisierung unternehmen, die kann man insofern vereinfachen, dass wir überhaupt etwas gegen die Islamisierung unternehmen wollen, denn wir sind die einzige Partei, die etwas gegen die Ausbreitung und die Verfestigung islamischer Strukturen in Deutschland tun will. alle anderen Parteien, alle anderen etablierten und wichtigen Parteien erfüllen den Wunschzettel der Islamverbände, arbeiten den Punkt um Punkt ab, ob es jetzt von Moscheebau geht zu Halal-Essen oder zur Einführung von islamischem Religionsunterricht. In den letzten Jahren wurde Schritt für Schritt umgesetzt. Damit muss Schluss sein und wir müssen im Rahmen der Religionsfreiheit, die wir natürlich wahren wollen, die wir nicht antasten wollen, die aber auch kein super Grundrecht ist, die all das begründet, was die Islamverbände wollen. Wir müssen unter Wahrung der Religionsfreiheit eine andere Politik gegenüber den Islamverbänden machen, eine Politik, die sie zurückdrängt und wieder eindämmt. So, das ist jetzt, denke ich, erstmal genug, aber die AfD, das kann ich nochmal betonen, ist die einzige Partei, die dazu gewählt ist. Keine andere Partei hat das auf der Agenda. Alle anderen Parteien sagen, der Islam gehört zu Deutschland, feiern Ramadan, posten entsprechende Grafiken, wir sind die Einzigen, die sagen, Deutschland ist ein christlich geprägtes Land. Herr Gerke hat gefragt, das ist jetzt ein europäisches Thema, stimmt es, dass in Kürze Albanien und Nordmazedonien der EU beitreten und was bedeutet das für uns? Da haben wir den Sprecher für das Thema mit am Tisch, Tobias Rausch. Ja, also, ob sie in Kürze beitreten oder nicht, das weiß man nicht, es werden Beitrittsverhandlungen geführt, gleiche Verhandlungen führt man auch schon seit Jahren mit der Türkei und sie sind auch noch kein EU-Mitglied, das heißt, mal angenommen und hypothetisch gesagt, es würde so kommen, dass diese zwei Länder jetzt der EU beitreten würden, was heißt das für uns? Wir sind größter Nettozahler der EU, Großbritannien ist ausgeschieden, die zahlen nichts mehr ein, das war der zweitgrößte Nettozahler und dann haben wir viele Neberländer, dann haben wir aber auch Geberländer, die jetzt durch die Corona-Krise auch noch mehr in Schieflager geraten sind, das heißt für uns kommt ein noch größerer finanzieller Anteil zu, der dann wieder auf diese Länder verteilt wird, also wir waren jetzt im Ausschuss Landesentwicklung und Verkehr auch mal in Estland gewesen und haben uns das angeguckt, Estland kann man super mit Sachsen-Anhalt vergleichen, von der Fläche und von der Einwohnerzahl her, auch vom Haushalt her, der ist so relativ identisch, nur Estland hat eine Million Einwohner weniger, muss man dazu wissen und hat aber das gleiche Budget wie Sachsen-Anhalt, das heißt pro Kopf kann das doppelte Geld ausgegeben werden und wenn man dann weiß, dass die über 70% aus EU-Mitteln bekommen, dann weiß man, wer da quasi dann den Wohlstand gerade finanziert und so kann man sich das dann für Mazedonien und Armenien vorstellen. Ich denke, die Corona-Krise hat jetzt auch gezeigt, dass wir nationale Lösungen brauchen, also die Bekämpfung von Corona funktioniert nur national, auch der Ausgleich der Haushalte, das ist was, was vorhin diskutiert wurde, auch der funktioniert nur national, das war die wichtige Frage, die vorhin gestellt wurde, also wir werden unseren Haushalt nicht sanieren, wenn wir jetzt Euro-Bonds einführen und wenn wir noch mehr EU in Kauf nehmen, die Botschaft unserer Tage muss jetzt sein, weniger EU. Ja, aber ich denke, zum Thema EU ist unsere Position bekannt und es ist genauso, wir wollen ja mehr Souveränität an die Nationalstaaten zurückführen, weniger EU, Freihandelszone, Reisefreiheit, alles sind gute Errungenschaften, die jetzt auch mit der europäischen Wertgemeinschaft genauso gegeben, dafür braucht es keinen europäischen Zentralstaat, wo hunderte und tausende überbezahlte Beamte da sind, die sich eine Verordnung am nächsten einfallen lassen und das Leben der Bürger einschränken. Ja, ich möchte noch die Chance geben, hier gab es vorher noch eine wichtige Frage, die auch medial mitbegleitet wurde, aus Halle hat uns die erreicht, weshalb will die AfD die Theaterförderung im Land einkürzen, ist die AfD gegen die Kulturszene, aber auch den Sprecher mit am Tisch, Hans-Tomas Hilschneider. Also die AfD ist nicht gegen Kultur, die AfD ist auch nicht gegen die Kunstfreiheit, aber die Kunstfreiheit ist eben kein Anspruch, alles mögliche gefördert zu bekommen, sondern sie ist ein Abwehrrecht gegen Eingriffe des Staates und wenn ich jetzt lese, dass zum Beispiel Xavier Naidoo, der Sänger, massive Probleme bekommt bei Auftritten, dass Städte ihm verhindern wollen, dass er auftritt, dass sie Druck ausüben auf seine Vertragspartner, dann ist das ein Verstoß gegen die Kunstfreiheit und die SPD-Oberbürgermeister, die da das große Wort führen, die sind dann zugleich die, die uns vorwerfen, wir wären gegen die Kunstfreiheit, weil wir bei den Theatern ein bisschen kürzen wollen. Weshalb wollen wir kürzen? Weil die Theater ein Programm machen, von dem wir sagen, das ist nicht förderungswürdig und wir müssen nicht alles fördern. Ich habe mir das angeschaut, ich habe mich damit beschäftigt, was in Halle läuft, was in Dessau läuft, was in Magdeburg läuft, das ist zum einen schlicht oft am Publikum vorbei, es trifft nicht den Publikumsgeschmack, weshalb zum Beispiel die Oper Halle sinkende Besucherzahlen hat, sinkende Einnahmen, sowas darf nicht noch gefördert werden durch den Staat und dann ist es natürlich auch so, dass die Theater politisch indoktrinieren, dass sie politisch einseitig, ja, also politisch einseitig die Werke inszenieren oder sogar schon regelrechte Multikulti-Indoktrinationsstücke oder Hetzstücke gegen die AfD, die für nichts anderes geschrieben wurden. Ich erinnere nur an ein ganz krasses Beispiel in Berlin, dieses Stück 4, hier in Dessau hat man das Tanztheaterstück, das Fremde so nah, das war so ein Multikulti-Rührstück, das sind, das ist politische Kunst, das ist keine richtige Kunst, Kunst muss überpolitisch sein, darf nicht in eine bestimmte politische Richtung gehen, was wir hier haben, ist sozusagen eine Kunst, die der Regierung gefallen will und das muss aber die Opposition nicht fördern wollen. So, damit sind wir schon am Abschluss unserer Stunde und zum Abschluss würde ich gerne noch einen Kommentar auch für euch als Abschluss verlesen wollen, nicht in der ganzen Folge, weil er relativ umfangreich ist und zwar von Helge Donath, der sich zum Bußgeldkatalog geäußert hat, aktuell, Sie haben es eigentlich auf den Punkt gebracht, also empfehle ich jedem mal seinen Kommentar durchzulesen, Sie haben es, wie gesagt, genau getroffen, er schränkt uns massiv ein, er beformuliert uns, er drangsaliert uns, dem ist eigentlich kaum was hinzuzufügen, nichtsdestotrotz möchte ich das vielleicht als Abschluss nutzen und können wir ja anfangen und dann wieder zurückgeben. Ja, also das Schlimme ist an diesen Geschwindigkeitskontrollen, dass wir oft, und ich weiß, wovon ich spreche, regelrechte Radarfallen haben, also dass man nicht gegen die Geschwindigkeitsbegrenzung verstößt, weil man weiß, dass sie gerade gilt, sondern weil man irgendein Schild übersehen hat, weil man sich an der Stelle findet, wo es unklar ist, was jetzt gerade gilt und dann so rigoros zu verfahren, dass man jetzt ab 21 kmh Geschwindigkeitsüberschreitung innerorts schon den Führerschein verliert, das ist völlig unverhältnismäßig, man soll meinetwegen Gebühren nehmen, aber der Führerschein bei dem, also bei vielen Bürgern hängt daran ja die Existenz, ja, den bei so einer relativ geringfügigen Überschreitung schon, das ist, da müssen wir uns mit aller Kraft dagegen einsetzen, das ist mir auch ein persönliches Anliegen. Ja, vollkommen richtig, ich meine, man kann es verstehen, wenn vor Schulen oder vor Kitas geblitzt wird, weil da ist ja auch wirklich ein Schutzbedürfnis da, aber wenn der Blitzer kurz vorm Ortsausgang oder hinterm Ortseingang steht, da ist wirklich pure Abzocke, das muss man so sagen und da muss man auch drauf werfen, das geht so nicht, das ist wie du sagst, jeder ist auf sein Auto angewiesen, es ist halt nun mal nicht dieses Utopia von Rot-Grün, wo es keine Autos mehr gibt und man alles im öffentlichen Personennahverkehr regeln kann, das wollen die ja damit wahrscheinlich erreichen, ja, und ja, also die Verhältnismäßigkeit ist hier gar nicht geprüft, erst hat man ja das Punktesystem abgeändert, ja, jetzt ist ja auch, die Punkte sind ja verschärft worden, wenn ich jetzt das richtig im Kopf habe, das heißt um so, ich glaube ab 26 kmh kriege ich auch mehr Punkte, ich glaube falsch parken auf einen Bordstein, kostet jetzt auch 100 Euro, habe ich gelesen, da muss man sich das mal vorstellen, was das auch für Preissteigerungen sind, prozentual, fast 1000% Preissteigerungen, also 500% von 20 auf 100 Euro und da muss man sagen, das ist schon eine pure Abzocke beim Bürger, aber das ist halt in Deutschland im 21. Jahrhundert so unter Schwarz-Rot geduldet von Rot-Grün, also Links und Grün kann man nur so sagen, die FDP macht da auch keinen großen Aufstand dagegen, weil in Deutschland wird derjenige bestraft, der einen kleinen Verstoß macht, große Verstöße werden durchgegangen, in Deutschland wird derjenige bestraft, der vielleicht schwarz angelt und wer illegal die Grenze übertritt oder wer irgendwelche Gewalttaten macht, wie im Fall Wittenberg oder so, kriegt milde oder Urteile oder wird freigesprochen oder kriegt noch Geld dafür, dass er das gemacht hat und da muss man ansetzen und die Verhältnismäßigkeit wiederherstellen. In Deutschland wird vor allem der bestraft, der fleißig und ehrlich arbeiten geht und das sieht man auch wieder an diesen Auswüchsen, weil irgendwo muss das Geld ja herkommen, was woanders im wahrsten Sinne des Wortes zum Fenster rausgeschmissen wird für unsere neuen Fachkräfte, für immer höhere Sozialleistungen, für die natürlich bei Notfällen auch absolut wichtig sind, aber nicht für alles und jene in dieser Welt, wie sie im Moment ausgereicht werden und natürlich auch für die vielen linken Indoktrinationsvereine, die Hans Thomas auch schon angesprochen hat, wo immer mehr Leute mit fürstlichen Stundenlohn versorgt werden, das alles muss ja irgendwo herkommen, das Geld und da wird leider Gottes der allgemeine Bürger immer weiter ausgequetscht. Ja, liebe Zuschauer, wir sind damit am Ende, es ist wieder eine gute Stunde vergangen. Ich möchte bitte um Nachsicht bitten, wenn wir nicht jedes Kommentar aufgreifen konnten, nicht jede Frage intensiv beantworten können, es waren doch diesmal ein paar mehr. Erstmal dafür ganz, ganz vielen Dank, dass sie sich eingebracht haben. Wir machen das hier wieder. Denken Sie sich schon mal für das nächste Mal eine Frage vor, reichen Sie die auch gerne vorher hier über die Kommentare, über direkt eine Nachricht an unseren Account hier oder über E-Mail an unsere Fraktion ein. Wir jedenfalls werden genau das weitermachen, wofür wir angetreten sind, wofür wir hier eintreten. Wir werden weiterhin in ihrer Seite stehen, wir werden weiterhin hier den Mut zur Wahrheit haben, das aussprechen, was Sie denken, für Sie da sein, uns nicht den Mund verbieten lassen. Und zum Schluss vielleicht noch zwei Sachen in Eigenwerbung. Morgen auf dem Domplatz hier in Magdeburg, 18.30 Uhr, unsere Kundgebung. Ganz wichtig, wir würden uns freuen, wenn Sie sie begrüßen können und wenn Sie sich ein eigenes Bild machen. Und die zweite Sache noch, nicht jeder hat Facebook, nicht jeder bekommt unsere eigene Fraktionszeitung, den blauen Aufbruch. Nicht jeder verfolgt das, was wir machen, weil wir in der Presse nicht durchdringen. Deswegen meine Bitte an uns, erzählen Sie es weiter. Nur so kommen wir voran. Teilen Sie unsere Beiträge, liken Sie unsere Beiträge, erzählen Sie Ihren Bekanntenkreis davon. Nur so können wir auch vielen, vielen Menschen in Deutschland überhaupt nahe bringen, was hier überhaupt alles passiert. Nochmal ganz herzlichen Dank von uns dreien. Alles Gute für Sie und bis morgen Abend hier auf dem Domplatz in Magdeburg.